Die Microsoft Excel-Funktion Summe-Wenn ist eine echt praktische Funktion, mit der du die Summe von Werten in einer bestimmten Datenreihe basierend auf einer Bedingung oder einem Kriterium berechnen kannst. Diese starke Funktion ermöglicht es dir, in einem großen Datenbestand gezielt nach bestimmten Informationen zu suchen und sie zusammenzufassen. Mit der Summe-Wenn-Funktion kannst du angeben, wonach Microsoft Excel suchen soll und dann die Werte in einer anderen Spalte addieren, die dieser Bedingung entsprechen. Das ist besonders hilfreich, wenn du beispielsweise Umsatzdaten nach Produktkategorien, Verkaufsregionen oder Zeiträumen zusammenfassen möchtest. Im folgenden Beispiel werden wir die grundlegenden Schritte und Syntaxregeln für die Verwendung der Summe-Wenn-Funktion besprechen, um dir zu zeigen, wie du sie effektiv in deinen Arbeitsalltag einsetzen kannst. In diesem Beispiel sehen wir vor uns ein Verkaufsanrufsprotokoll, das aus folgenden Daten besteht. Und zwar haben wir hier in der Spalte C die Kunden und der entsprechende Ansprechperson sowie die Firma in der Spalte D und zu guter Letzt in der Spalte G das Angebot, welches für dieses Verkaufsprotokoll bzw. für dieses Verkaufsgespräch angeboten worden ist. Nun könnten wir auf die Idee kommen, dass wir einfach wissen möchten, welche Angebote in Summe für eine bestimmte Firma angeboten worden sind. Und zwar möchte ich wissen, wie groß ist die Summe bzw. was ist die Summe aller große Ware Angebote. Dazu gebe ich nun folgende Funktion an und zwar möchte ich hier die große Ware Firma, die entsprechende Summe dafür wissen. Dazu gehe ich in die Spalte L, tippe ein ist gleich ein und verwende die Funktion Summe wenn. Wir können hier sehen, dass wir im ersten Bereich bzw. im ersten Parameter den Bereich angeben wollen. Das ist gemeint jene Spalte, in der wir als nächstes unser Suchkriterium angeben werden. Und zwar möchten wir ja in dieser Spalte D nach der große Ware suchen. Aus diesem Grund gebe ich nun ein Semikolon ein und gebe als zweiten Parameter das Suchkriterium an. Das entspricht bei uns die große Ware. Zu guter Letzt muss ich noch dieser Funktion mitgeben, in welcher Spalte die Summe gebildet werden soll. Das entspricht in der Spalte G, die entsprechenden Angebote. Ich schließe die Funktion mit der Klammer und erhalte nun ein Ergebnis. Dieses Ergebnis soll nun jene Angebote umfassen, welche von der große Ware gelegt worden sind. Überprüfen wir das. Und zwar haben wir hier eine Eingabe von 200.000, so wie hier und hier. Das bedeutet in Summe entspricht es exakt genau jener, welche auch in der Summe-Wenn-Funktion als Ergebnis geführt wird. Als weiteren Schritt könnten wir herausfinden wollen, nur jene Angebote, welche den Betrag von 100.000 übersteigen. Dazu gebe ich hier wiederum unsere Bedingungen an und in der nächsten Spalte tippen wir die Summe-Wenn-Funktion an. Und vor allem hier auch wiederum nur jene Angebote, welche den Wert 100.000 übersteigen. Dazu muss ich dieses Hochkomma angeben und ein größer. Und tippe hier 100.000 ein und zu guter Letzt wiederum die Spalte, von der ich die Summe bilden möchte. Formatiere diese noch in Euro. Und überprüfe diesen Wert nun manuell, indem ich nur jene Angebote selektiere, die über 100.000 Euro entsprechen. Und wie wir sehen, erhalten wir nun entsprechend diesen selben Wert. Wie du siehst, kannst du mit der Summe-Wenn-Funktion dir eine Menge Zeit ersparen. Und falls du Fragen hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar. Und bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann. Und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.